So, willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal. Liebe Leute, wir reagieren fresh auf Alpha Kevin, vor 17 Minuten geupdatet. Wir gucken. Erinnert ihr euch noch? Orange Moranges erneutes Doxing-Skandal. Erneuter-Doxing-Skandal. Reingeht's. Als Orange Morange vor fast genau einem Jahr die Adresse von Tanzverbot geleakt hat. Tja, ich persönlich hatte mir erhofft, dass er spätestens nach seiner Entschuldigung daraus gelernt hat und sowas nicht normal tun wird. Okay, Orange Morange, kennen vielleicht einige von euch. Orange Morange ist ein nicht ganz unumstrittener Content-Creator und er hat damals Tanzverbotsadresse geleakt. Brauchen wir nicht drüber reden, ist absolut unwürdig, menschenunwürdig, weil man weiß, die Fans werden sein Zuhause möglichst belagern, ja. Gut, er hat sich entschuldigt. ...oder irgendwelche privaten Infos leaken würde. Vor allem als Influencer ist das Leaken von privaten Informationen schon ziemlich dämlich, weil ja schließlich niemand möchte, dass man selbst in so einer Form hops genommen wird. Zumindest kenne ich keinen Influencer, der es jemals gefeiert hat, dass seine Adresse plötzlich im Internet war, die Telefonnummer oder irgendwelche anderen privaten Details. Also wenn ich jemanden kritisiere oder sogar fronte, dann erwarte ich, dass mein Gegenüber auch auf Augenhöhe kommuniziert und nicht, dass plötzlich die privatesten Details von meinem Leben im Internet landen. Das ist im Übrigen auch so ein unausgesprochenes Gesetz zwischen Content-Creatoren. Wenn man weiß, wo jemand wohnt, dann wird man das niemals veröffentlichen. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt meine Adresse veröffentliche, dann habe ich ganz, ganz viele kleine Pfleger vor meiner Tür stehen, die mich alle ganz toll finden und ich mich auch freue, dass ihr mich toll findet. Aber das ist halt hier mein privates Umfeld und es kann nicht sein, dass dann irgendwelche Leute zu mir pilgern und schreibt gerne mal eine einzelne Chat, ob ihr das versteht oder nicht, weil das möchte eigentlich, das möchte eigentlich kein Content-Creator wirklich. Und was das jetzt schon wieder alles mit Orange Morange zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt gleich in diesem Video, denn es wird ziemlich spannend und auch gleichzeitig echt nicht cool und dass einige Influencer dieses Doxen auch noch befürworten, das kann ich persönlich gar nicht verstehen. Dazu aber gleich mehr. In dem heutigen Fall geht es um eine Art Twitter-Beef, wenn man das so nennen mag. Offenbar gab es nämlich starke Diskrepanzen gegenüber Orange... Also Doxen heißt einfach, die privaten Informationen eines, ja, Kollegen oder von irgendwem veröffentlichen. Orange Morange und der Userin 369. Diese Userin hatte vor kurzem einen Account mit mehreren tausenden Followern. Die war zum Teil beliebt, aber zum Teil auch nicht so beliebt, je nachdem, welcher Gruppe man angehört hat. Ich persönlich habe weder mit ihr noch mit sonst irgendwelchen Leuten dort Kontakt oder irgendwie zu tun. Weshalb ich erstmal anfangs nüchtern drauf geschaut habe. Und so war sie der Meinung, Orange zu kritisieren aufgrund seines Auftretens im Internet, seiner Reichweitenverantwortung und wie er sich halt sonst so gibt. Gerade auf Twitter scheint er relativ komisch... Jo, danke, Joni, für die 50 Bits. Kuss geht raus, danke. ...de Takes rauszubringen. Außerdem schienen sie auch gegen ihn gefrontet zu haben. Das konnte man in diesem Screenshot noch ganz gut erkennen. Jedoch wurde ihr Account mittlerweile gesperrt. Und dementsprechend kann ich euch jetzt nicht unzählige Screenshots einblenden. Also wir haben hier eine Userin, die OrangeMorange ziemlich stark kritisiert hat und auch gegen ihn geshootet hatte. Und dann auf der anderen Seite ein OrangeMorange, der das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Denn dieser fühlte sich offenbar so angegriffen, dass er nun zum Gegenschlag ausholte. Und schrieb am 24.12., also zu Weihnachten, folgende Nachricht. Ja, genau. Dein Papa hat aktiven Kontakt zu dir und ghostet dich nicht seit Jahrzehnten. Und deshalb hast du auch keine mentalen Probleme. Und morgen ist Weihnachten. Ja, ey, Chat, allein das, ne, an Heiligabend am 24.12., muss nicht sein. Und gibt schon ordentliche Bad Vibes, muss ich sagen. Weird, fast aus dem Nichts plötzlich sowas über eine Person zu schreiben. Zumal Orange auch keine Belege zeigen konnte. Aber gut, wir sehen hierbei schon mal, dass man einfach liegt, dass die Person ja offenbar keinen Kontakt mehr mit dem Vater hat und sie mental krank ist. Das ist wirklich an erster Stelle schon mal unfassbar respektvoll. Und das zeigt mir persönlich auch, wie viel Verständnis und auch Mitgefühl ein OrangeMorange an den Tag legt, bei solchen einschneidenden Lebensereignissen von dieser 369. Ob das, was in diesem ganzen Beef jetzt hier noch passieren wird, alles so stimmt und die Informationen richtig sind. Das ist ja nicht nur uncool, Tabea, das ist, boah, also psychische Erkrankungen sind ja in Deutschland weiterhin auf dem Vormarsch. Und das ist einfach höchst sensibel zu beurteilen, ja, weil es gibt zig psychische Erkrankte, die sich auch schämen und die deshalb nicht in Therapie gehen. Das ist wirklich, ja, sehr sensibel das Thema. Und OrangeMorange ist ein so großer Influencer-Content-Creator, whatever, und sich da so triggern zu lassen, ist nicht nur uncool, sondern, ja, es ist wirklich, ich sag's jetzt nicht, es ist aber, macht man nicht. Das kann ich nicht sagen, also es kann auch sein, dass Orange sich das ausgedacht hat. Wir haben keine Belege dafür. Gut, doch die meisten fragen sich jetzt sicherlich, woher hat OrangeMorange irgendwelche Informationen von einer random Twitter-Userin? Ich meine, das ist einfach irgendeine Person, die ihn halt gefrontet hat, wie das jede x-beliebige Person auf Twitter tut. Naja, dafür gibt's aber nun folgende Erklärung. Habt die Info von einem anonymen Kollegen von ihr und an alle, die das lesen, gerne mehr Infos über die Jute. Bezahle gut und ihr bleibt 100% anonym. PayPal, Krypto, alles möglich. Einfach in die DMs leiten. Ah, sehr chillig. Also einfach Leute bezahlen für Informationen, welche man dann wahrscheinlich im Endeffekt auch nicht mal richtig verifizieren kann. Also, weil beim Best... Moment mal, Chat, ich muss das nochmal. Ich muss das nochmal ganz kurz lesen. Was, was? Information. Einfach in die... Habt die Info von einem anonymen Kollegen von ihr und an alle, die das lesen, gerne mehr Infos über die Gute. Zahle gut. Ey, fordert er jetzt wirklich seine Follower auf, ihm Informationen über die Person zu geben und dafür zu bezahlen? Boah. Boah, Chat. Boah. Ey, das habe ich gerade beim ersten Hören zwar akustisch verstanden, aber ich konnte das Ausmaß noch gar nicht einschätzen. Aber das, ey... Das ist wirklich brutal. Ah, sehr chillig. Also einfach Leute bezahlen für Informationen, welche man dann wahrscheinlich im Endeffekt auch nicht mal richtig verifizieren kann. Also weil beim besten Willen, da kann ja jetzt irgendeine x-beliebige Person irgendeine Scheiße über diese Userin verbreiten, weil die Person das Geld von Orange Morant riecht. Und am Ende des Tages werden dann vielleicht dadurch Fake-Infos verbreitet. Also das ist wirklich klasse. Aber unabhängig davon ist es absolut ehrenlos, dazu aufzurufen, Infos über eine Kritikerin zu bekommen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Weil wären sie öffentlich zugänglich, dann könnte Orange ja auch selbst recherchieren, dann müsste er ja nicht Leute beauftragen. Der Beef geht übrigens von Dezember bis heute und das Ganze hat sich richtig eklig entwickelt, denn mittlerweile sind wir auf folgendem Stand. Die Userin, die hat dagegen gehalten und über das gelacht, was Orange dort über sie verbreitet und natürlich auch Orange für das Leaken gefrontet. Auch hat sie KuchenTV für einige Dinge gefrontet, aber wie gesagt, ihr Account ist mittlerweile gesperrt. Dementsprechend kann ich jetzt schlecht Belege dafür zeigen. Scheinbar hat sie aber zu entweder KuchenTV oder Orange sowas geschrieben wie Ihr Broken Boys. Deshalb meint dann KuchenTV unter einem Tweet von Orange folgendes. Hab von ein paar Leuten gehört, dass sie arbeitslos ist und relativ viele Drogen konsumiert. Kein Plan, ob das stimmt. Aber dann von Ihr Broken Boys zu sprechen ist... Ey guck mal, ich mag Kuchen... Ihr wisst, ich mag KuchenTV sehr gerne. Aber er schreibt mit seiner nicht irrelevanten Reichweite, er hat gehört, dass sie arbeitslos ist und relativ viele Drogen konsumiert. Hat er mal gehört. Chat, jetzt stellt euch doch bitte einmal vor, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Und so ein großer Influencer wie Kuchen oder auch Orange Morange fronten sie, weil sie vermeintlich Drogen konsumiert und sie so irgendwie nicht zurechnungsfähig wäre. Keine Ahnung, worauf die da hinaus wollen. Ich weiß auch nicht, warum man diese Information überhaupt droppt, selbst wenn es der Wahrheit entsprechen würde. Ey, das ist so schwer. Wenn das nicht mal eine verifizierte Information ist, dann ist diese Anschuldigung... Ey, also ich weiß nicht. Das ist... Ey, das kann einem das Leben zerstören. Und man weiß ja... Also wir wissen jetzt noch nicht, vielleicht kommt Alpha Kevin gleich dazu, warum der Kanal dieser Twitter-Userin letztendlich gesperrt ist. Ist schon ziemlich unangenehm. Gut, dass generell auch im Internet viel Quatsch erzählt wird, das sollte auch klar sein. Aber nun steht laut dieser Aussage noch im Raum, dass sie zusätzlich noch arbeitslos sei und auch viele Drogen nimmt. Orange meint dann übrigens darunter auch, dass er noch so richtig viele eklige Informationen über sie hätte. Und später sollte er dann diese Information, beziehungsweise einen Teil der Information einfach veröffentlichen. Denn nun kommen wir zum 16. Februar, also vor gerade einmal ein paar Tagen. Da veröffentlichte Orange Orange einen Tweet, worunter die Userin schrieb, Wenn du in 30 Jahren keine fremde Frau aus dem Internet ihre Daten erfragst, erkaufst, hast du irgendwas falsch gemacht. Das war halt eine sarkastische Anspielung auf seinen Haupttweet und nun ging es los. Denn diese Aussage schien Orange so getriggert zu haben, dass er nun tatsächlich irgendwelche anonymen Informationen über diese Userin leagte. Alter, Alter, das ist ja eine ganze Liste, Bruder. Aber was? Alter, sie lässt während... Oh mein Gott. Und sorry, aber das ist halt nichts anderes als Doxing, was dort betrieben wurde. Und das Ganze wird im Anschluss noch verrückter. Aber schauen wir uns jetzt einfach mal an, was er so über sie behauptet hatte. Also, wir gehen das jetzt Schritt für Schritt durch. Alpha Kevin geht das Schritt für Schritt durch. Aber ich finde, jede einzelne Information, ich habe das gerade jetzt kurz überflogen, da sind sexuelle Anspielungen drauf, Anspielungen auf ihre Familie, auf ihre psychische Erkrankung. Boah, oh mein Gott. Das ist aber Doxing auf Elite-Niveau. Aber im negativen Sinne, sage ich euch, wie es ist. September, Oktober war sie noch in der Psych... Ich glaube das gerade nicht. Ich glaube das gerade wirklich nicht. Auch mit der Psychiatrie, ne? Das ist ja... Boah. Psychiatrie. Gut, dass das gesagt wurde, denn es ist super wichtig, über die Person sowas zu wissen, wenn man mit ihr einen Konflikt im Internet austrägt. Zudem war die Information ohnehin öffentlich, aber es ist trotzdem lost, das zu erwähnen. Zweitens, sie kommt aus Baden-Württemberg, Karlsruhe. Fehlt jetzt bloß noch die Adresse, aber dann müsste man sich ja wieder entschuldigen, wie bei Tanzverbot. Drittens, sie ist ein extremer Junkie. Gut, dass niemand danach gefragt hat und das auch wirklich null Teil der eigentlichen Thematik ist. Viertens, ihre Eltern haben sie als Kind verkauft. Sehr vage Behauptung, die hier aufgestellt wird, zumal man keine Informationen dazu bei der Preis gab. Fünftens, also verkauft deutet ja auch auf Menschenhandel hin. Das sind so auch sehr unüberlegte Worte, die er da benutzt. Ja, also erstmal sind die nicht alle zu verifizieren vermutlich, also Verleumdung auf höchstem Level. Und ihre Eltern haben sie als Kind verkauft. Also was meint er mit verkauft? Es ist sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Sie macht Hexenzeugs und ihre Eltern auch. Sechstens, sie hat angeblich eine bipolare Störung oder multiple Persönlichkeitsstörungen. Und jetzt? Also wenn sie das hat, kann sie vermutlich relativ wenig dafür. Also was ist das für ein Angriffspunkt und warum müssen das die Leute da draußen wissen? Siebtens, mit ihr wurden früher Rituale gemacht. Achtens, sie hat Kontakt zu ihrem Vater. Wenn ich es finde, kommen jetzt geleakte Chats. Nice, jetzt möchte ich auch noch Chats zwischen ihr und dem Vater oder so leaken, was halt niemand zu interessieren hat. Ja, das ist, ich meine, das wäre schon strafrechtlich relevant, was da passiert. Also das würde ich mir niemals bieten lassen. Wenn das einer mit mir machen sollte, ich wäre safe in der nächsten Sekunde beim Anwalt. Ey, das kannst du halt nicht bringen. Das kannst du doch bei Gott nicht wirklich bringen. Wie egoistisch und wie selbstverletzt muss dieser Typ sein, um das alles zu leaken. Also egal, was sie da getan hat, ich weiß jetzt auch nicht wirklich, was sie ihm vorwirft, aber egal, wie sehr man sich bieft, Alter, so Informationen preiszugeben und damit auch zu drohen, den Chat zu veröffentlichen. Ey, Bruder, was ist das denn für ein Video? Also warum hat man das nötig? Neuntens, sie lässt während ihrer vorherigen Beziehung, nicht offene Beziehung, Finger in die Tüte stecken und betrügt ihren Freund. Das war auf 4 Milligramm Diazepam. Zehntens, sie hält sich für den Persönlichkeitstyp ENFJ. ENFJ, elftens, sie läuft bewaffnet rum mit einem Messer. Bitte noch mehr Infos über FreeSix9ine, ich zahle gut. Gut, dass die Infos stellenweise einfach nur Behauptungen sind, ohne sämtliche Belege oder Hintergrundinformationen. Das ist eine wirklich sehr korrekte Sache. Ich bin halt gespannt, was die Kollegen von Orange dazu sagen, zumindest im rechtlichen Sinne, denn ich glaube, das ist jetzt vom Gesetz her nicht so korrekt, wie er dort handelt. Und wir wissen ja, dass das Umfeld ziemlich gut rechtlich bewandert ist. Wobei, warte, KuchenTV, der schrieb dann auch unter einem Tweet, wo es genau darum ging, dass die Userin dieses Doxing verdient hat. Denn sie hat schließlich auch schon mal gegen KuchenTV gehetzt. Aber KuchenTV oder Oranges Kollege Vanilla Cry, die sollen jetzt hier gar nicht das Thema sein. Denn immerhin haben sie ja diese Informationen nicht geleakt. Ich persönlich finde es nur schade, dass aus dieser Bubble nicht mal irgendwie auch ein bisschen Kritik gegenüber Oranges Verhalten geübt wird. Weil, sorry, offensichtlich ist das nicht gut, was Orange dort tut. Und vor allem ganz im Gegenteil, das Verhalten wird ja auch noch gestärkt von denen. Übrigens meint Orange ja, dass er Leute für Informationen bezahlt und die dann auch zu 100% anonym bleiben. Daraufhin schrieb dann FreeSix sein folgendes. Bro zahlt teilweise für Infos, die ich selber veröffentlicht habe. Zum Beispiel, das mit der Psychiatrie. Wow, krasser Leak. Habe ich nicht tausendmal im Space erzählt. Daraufhin schrieb dann Orange, dass er ja keinen Cent von den Leuten, die die Informationen gesteckt haben, bekommen hat. Weil die Leute das einfach freiwillig gemacht haben. Ah ja, top. Das macht die Sache auf jeden Fall jetzt besser. Also könnte halt jeder x-beliebige Rant... Ey Chat, ich bin sprachlos, ne? Ich bin wirklich sprachlos. Anna hat für drei Monate auf Stufe 1 abonniert. Anna, dankeschön. Grüße gehen raus. Schön, dass du dabei bist. Danke für deine Unterstützung. ...irgendeine Scheiße über diese Userin verbreiten. Und dann wird das öffentlich ausdiskutiert oder was? So sollte man definitiv mit seiner Reichweite umgehen. Nicht. Aber ich meine, sowas lässt sich natürlich alles easy machen, wenn man vermutlich Millionen auf dem Konto hat. Und irgendwo im Ausland lebt, wo man nicht weiß, wie man die Person wirklich erreichen kann. Denn damit müsste man ja rechtlich nicht viel befürchten. Und es würde halt, wenn, dann auch eine bezahlbare Geldstrafe geben. Und das ist es vielleicht auch in Orange hierbei wert. Anders kann ich es mir halt nicht erklären, weshalb er solche Informationen leakt. Finde ich äußerst schwierig. Zeigt mir aber auch, dass sich Orange nicht wirklich krass gebessert hat. Also 369 schrieb dann übrigens noch Folgendes. Also Orange bekommt... Bodenloser Mensch. Chat, bodenloser Mensch. Einfach macht man nicht und hat von Moral noch nie was gehört und sehr, sehr unanständig. Mit sowas, was Orange Morange da macht, das erzeugt so psychischen Druck bei jemandem. Das ist einfach sehr, sehr gefährlich. Und wenn diese Person, diese Nein oder wie auch immer sie heißt, wenn sie wirklich psychisch krank ist, ist sie eh, auch wenn sie es nicht zugibt, eine sehr labile Person höchstwahrscheinlich, die mit sich selbst vermutlich genug zu tun hat. Und wenn dann ein Influencer mit so einer Reichweite so dermaßen Druck erzeugt, das wäre nicht die erste Person, die durch so einen Spinner, und ich sage es ganz ehrlich, das ist ein Spinner für mich, in den Suizid getrieben wird. Daten vom Account von meinem fast Vergew***er. Ich sage ihm das und es juckt ihn nicht und er macht weiter. Zusätzlich tauchen da noch irgendwelche Chatverläufe von den beiden im Internet auf. Gut, dazu kann ich halt wenig sagen, weil das ist alles sehr schwierig zu beweisen, ob er die Infos wirklich von dem Typen hat, so wie es die Userin hier schildert. Aber es zeigt einfach, wie hemmungslos Orange mit privaten Informationen von irgendwelchen random Twitter-Usern umgeht und diese dann sogar leagt. Und Informationen liegt ja nicht nur über sie, sondern auch über ihren Freund. Denn Orange verbreitete einen Chat, wo zu sehen war, dass angeblich der Freund von dieser 369 ein Drogen-Junkie sei. Außerdem sei er beruflich zusätzlich noch Buchhalter und er kauft sich Cannabis und so weiter. Und damit nicht... Boah, Bruder, halt die Schnauze. Ey, ich meine jetzt nicht Alpha Kevin, ne? Aber wenn ich das höre, stellt mal vor, ihr seid Content-Creator wie ich beispielsweise und einer schreibt im Internet, keine Ahnung, 10 Fakten über euch, die ihr überall sehen wollt, aber nicht im Internet. Ja, was macht ihr dann? Ihr könnt es ja dann in dem Moment sowieso nicht ändern. Bis ihr dann mal eine Unterlassung geklagt habt oder was auch immer, dann sind die Informationen sowieso schon tausendmal verbreitet worden. Und dann auch noch die psychischen Sachen liegen, die familiäre Situationen liegen. Was ist denn falsch mit dem? Ey, also ne, dreckiger geht es einfach nicht. Wirklich. Genug, Orange postete außerdem noch ein Bild von einem jungen Herrn mit der Titelunterschrift. Keine Macht den Drogen. Ach, Bruder. Darauf zu sehen ist ein früheres Bild von einem Bekannten von dieser 369. Ich habe ihn jetzt hier für dieses Video zensiert, denn ich glaube nicht, dass er das möchte, dass er jetzt in diesem Video mit auftaucht. Aber es werden halt nicht nur private Informationen von dieser 369 einfach geleakt und verbreitet, sondern auch über Bekannte von ihm, die gar nichts mit dem zu tun haben. Und das erinnert mich wirklich ziemlich stark an das Verhalten gegenüber Tanzverbot. Da spielte Orange ja auch immer wieder darauf an, dass Kilian ja irgendwas mit Koks zu tun haben könnte. Weshalb dann Tanzverbot ganz schnell auch mal Koksi genannt wurde. Was sich übrigens auch als Quatsch herausstellte, denn Kilian hatte damit gar nichts zu tun und es gab auch nie Beweise dafür. Und nehmt es mir bitte nicht übel, aber in welchem Verhältnis steht denn hierbei bitte dieses Doxing? Erstmal zeigt es immer Schwäche, wenn man sowas als Angriffspunkte gegenüber anderen nimmt. Und zudem steht auch dieses Verhalten für ein wahnsinnig fragiles Ego, weil man nicht damit klarkommt, dass es Menschen da draußen gibt, die einen halt berechtigterweise kritisieren oder stellenweise auch fronten oder beleidigen, was natürlich auch nicht cool ist. Aber offensichtlich kommt ein Orange nicht damit klar. Und natürlich müssen unnötige Fronts oder auch Beleidigungen nicht sein, sagt auch niemand was dagegen. Aber wie schon am Anfang gesagt, man sollte sich einfach auf Augenhöhe begegnen und es ist mit Sicherheit kein... Ja, macht man schlicht und ergreifend nicht. Ich meine, guck mal, ich habe sicherlich auch einige bei YouTube oder whatever, die ich nicht so mag. Aber selbst wenn ich die Adresse oder persönliche Informationen leaken könnte, warum... Also erstens, warum sollte ich das tun? Und zweitens wäre es wirklich bei Gott das Letzte, was ich auch machen würde. Das, wie schon gesagt, das erzeugt so negativen psychischen Druck. Das macht man einfach nicht. ... in der Augenhöhe, wenn man Menschen bezahlen möchte, die dann Informationen über... Das mit dem Bezahlen ist einfach das Bodenlose, sehr ehrlich. ... über eine Person besorgen. Und das nur, um diese dann irgendwie fertig zu machen auf fucking Twitter. Also mal wieder wirklich ein ganz schwacher Move. Ich hatte gehofft, dass ich Orange hier nicht mehr wirklich thematisieren muss, weil tatsächlich auch echt mal eine Zeit lang Ruhe eingekehrt ist. Aber er provoziert es regelrecht. Und man merkt auch anhand der Tanzverbot-Geschichte, dass offensichtlich wenig Selbstreflexion die letzten Monate stattfand. Und der offensichtlich auch nicht aus seinen Fehlern gelernt hat. Denn das war auch schon damals unfassbar unkorrekt und auch extrem schädigend gegenüber Kilian. Und nun macht er das einfach mit einer random Person auf Twitter, die ihn halt gefrontet hat. Finde ich wirklich schade, aber was soll's. Manche Menschen, die ändern sich wahrscheinlich einfach nie. Tja, das ist momentan grob gesagt der Stand des Doxings seitens Orange Morant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie verhältnismäßig ihr das Ganze seht. Ich glaube, ich muss nicht darüber reden, dass Doxing nie eine Lösung ist. Und vor allem ist es auch immer zu kritisieren und auch zu verurteilen. Und wenn euch solche Videos natürlich gefallen und die immer up-to-date bleiben wollt, dann lasst super gerne ein Abo da, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Schwingchen und Schwingchen, euer Alpha Kevin. Ja, gutes Video vom Alpha Kevin. Ich habe in der Vergangenheit relativ wenig von Orange Morant gehört und weiß auch nicht wirklich, wie seine Vergangenheit ist und war. Bin ich aber nach diesem Video auch gar nicht traurig drum, weil es scheint jetzt nicht so der Sympathischste zu sein. Also ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt gerne mal als Algorithmus-Kommentar ehrenlos in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Reaction und tschö.